Musik 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 Hast du ihn noch? Ah, der liegt da irgendwo Warte Da liegt er Okay, dann nehme ich den mal Warte, ich habe das Teil auch noch nicht Wenn man den mitgenommen hat Wenn man den mitgenommen hat Musik Musik Bäm, komm her Und du kriegst auch noch eine mit dem Gartenstack Musik 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 Bäm, alter Musik 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 Nein, nein Alter, wir haben hier vorbei immer Ey, das ist so geil Oh shit Musik 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 Alter, du kriegs voll Die YER, die scheiße läuft ja richtig runter da Irgendwo n Hunter Schick mir, ähh oder spaß zwölf wenn wir kurz halten und zuckerwarte machen ich meine verflucht los gar nicht weg tödlich ich brauche Hilfe verdammt ich hab diesen flipperschall abgekriegt ich schuld dir was alter ich bräuchte jetzt ja auch mal ähm medic scheiße bin voll mit diesem Dreckszeug laden ab tank oh no tank also drin oooh ja klar und nicht in schönen gegen oooh haute mir den stein drauf die Drecksau doch deutsch und down ja oh shit warte mal da drin müsste eigentlich ein medikit sein wenn ich noch alles in erinnerung hab doch oh das ist eine kettensäge laden ab nur falls es jemanden interessiert ich bin dabei zu sterben was werde ich mit einer kettensäge ja ja oh danke unternehme ich die wenn du es nicht brauchst ah nee das ist scheiße alter ah nee das ist scheiße alter oh verdammt die in die ecke geworfen gartenwerk und ich machen sie jetzt alles fertig pass mal auf ah ich werfe den immer weg anstatt zu schlagen AK 47 witzig hä komm mal her das ist doch ne counterstrike was oder nicht hä ich bin jetzt ne ne das ist keine oder also es gibt es gibt einmal gibt es diese es gibt das es gibt ich glaube es gibt einer automatische sniper auch noch kann ich schlecht sagen naja ich bin kein ds wieder doch keine ahnung what the fuck tut weh das ging mir echt schon besser wird wieder danke das muss klappen da hier hier der wandstag habe ich extra für dich aufgehoben scheiße ja eigentlich wollte ich es nehmen aber ich hatte ja schon oh ich verpiss mich nein ich wollte doch gerade wieder rein sag damit Lade nach Waffen hier drüben ne das war keine counterstrike waffe nicht ne jeder schnappt sie in der waffe da und da 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 muss heilen das schon besser sehr gut und schell tot schon einig tut weniger ja wiii die 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 Ich hab Jockey gehört! Ja, pass mal auf, auf wen der heiß ist. Ah, verpiss dich Jockey! Hey, der springt auch gar nicht auf mir. Der hat mich mit seiner Stummelamp die ganze Zeit angegriffen. Aber dass er halt bei mir ans Springen denkt, nee. Wie gesagt, der will nur... Ja, er will auch. Kann ich? Yo, let's go! Ach so, du bist... ach, lecken! Scheiße! Bald verstanden! Scheiße! Scheiße, verdammte Kaktei aus! Alter! Verpiss dich! Du kriegst mit einem Zwerg zu tun! Und das ist nicht schön, äh... Ach, verpiss! Oh, ich... 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 Oh, du... Fettet... Füßler! Ja, klar, ey! Kannst du mal kommen! Ich werde von allen Seiten durch die Jodios! Nicht auf mich blindes und... Aber hier geht's richtig gut ab! Ja auf jeden Fall Jetzt kommt der Liebestunnel Der Liebestunnel der aus der Hölle kam sozusagen Warte 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 ich auch Warte mal ich will die Witch noch töten Aber äh warte noch Das will ich sehen Warum ist ein Smoker? Ah da ist die Witch Warte mal ich kenn den Trick Guck mal her Guck mal her Warte ich mach Licht aus Warte mal Ich ff Hier friss den Gartenzwerg Eat dat bitch Warte auf wo du hinziehst Du schießt schon wieder auf mich Bauen den Gnom Ohne den Gnom geht nix Warte Feuer Ja Los doch rein in den Liebestunnel Nimm ihn! Nimm ihn! Oh man Scheiße wo ist der Zwerg jetzt Scheiße wo ist der Zwerg jetzt Oh ok 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 Gut Hatte schon Angst Alle rein Uhu Uhu Alles cool Perfekt Wir sind sicher für's Erste Jetzt kommt die Achterbahn Jetzt muss was mit Counter-Strike Waffen gehen Alter Das gibt's ja nicht Sieht aus als müssen wir durch den Liebestunnel Leute bleibt dicht bei mir Wir sollten klären was dicht bei dir bedeutet Schaut euch mal nix Jacket an Ähnlich der Gnom Weil ich auch ein bisschen schießen wollte Ah den nehm ich jetzt halt bis zum Ende halt damit Ja Oh Ok wo hin? Da lang ja Ähm Wo bist'n du? Ah genau Ich glaub immer deinen dicken Arsch hinterher Mach das Und mir gibt's irgendwo gibt's hier ne Abkürzungen Einen dieser Räume an der rechten Seite Ja Das weiß ich noch Genau Gunn-Track Power Und Gunn-Track alles sicher Ok dann gehen wir raus Seh immer so ne tolle Hilfe Oh ne Witch Ja Witch 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 Ich hab diesen Gliverscheiß abgekriegt Jetzt kommt Tice Ich hab diesen Gliverscheiß abgekriegt Ich hab diesen Gliverscheiß abgekriegt Wo bist du? Boah 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 fick dich Sie Qualtiv Alter die kann Ich kann Die can Die eigentlich kannst du auch entscheiden auf W kilo Es geht nicht Immer auf den dicken schwarzen der nicht schwimmen kann Ehm... Danke! Tja, also irgendwie ist der Tunnel auf Love schon richtig dreckig scheiße, Alter, wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, welche Pärchen sich hier drin aufgehalten haben. Und welche ohne Geschmack? Naja, wahrscheinlich. Guck mal her, ich hab einen Raum gefunden. Mit... mit Nix drin. Imba!